Ja, Herchemann und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Van Helsing, Incredibles Adventures of Van Helsing, oder wie auch immer das heißt. Es scheint wirklich eine richtig schöne Spiel zu werden. Hast du das gesehen? Es ist wieder passiert. Es tut mir leid. Oh. Oh, rechtes Klicke, um zu identifizieren. Account Bonds. Epic Consumable. Das ist ja cool. Das ist ja Mais gemacht. Das ist Mais. Komm her, du kleines Chicken. Ich glaube, wir brauchen alle drei. Ich glaube, wir brauchen alle drei. Wer war dieser Mann? Das ist die Statue von King Borislav, der Just. Just Borislav, wie wir hier sagen. Er war ein frächtes King. Der letzte mortal, der König zu regeln Borgovia. Bis er in der Incke disappeared. Und warum sind da empty Holes in seinem Fuß? Das, mein Freund, ist ein wahrer Mysterium. Oh, ich liebe wahrer Mysteries. Geh mir ja dein Ei. Das ist ja wirklich, also was man hier so entdecken kann, ist schon, das ist schon mal richtig nice. Warum hat es da Mu gemacht? Es knackt. Jetzt tut es wieder. Stopp, was auch immer du bist. Okay. Komm her, komm her. Okay. Gut, dann gehen wir noch mal einfach raus. Und schauen mal, was wir so finden. Okay. Croakwood. Mal kommen wir nach. Gorgon Pass. Achso, da bekomme ich dann immer so hingepinnt. Gehen jetzt erst zum Werwolf-Layer, oder was? Extra-Fast-Biest. Ne, doch, ich bin schon, ich... Was macht das? Range? Äh, mhm. Okay. Hallo? 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 Oh, was seid denn ihr? Das ist ja cool, wie du das alles abfängst. Nice. Okay. Just don't stick around until somebody discovers that it's gone. Oh, hallo? Oh. Oh. es ist doch ein bisschen laut das fällt mir jetzt gerade so ein das insgesamt nee battle sounds hier coole scheiße ja hallo wie komme ich jetzt ach da kann man nicht runde okay dann keine ahnung wo mehr katharina scheint mir sehr oh komme ich denn da hin läuft automatisch er läuft sollen wir mal hier unten lang und da ist noch eine trash treasure chest das war ein netter schlag da hängt er noch you really should consider brightening up your home one of these looks like a poor devil was it happened we don't have time once the forest is safe i'll tell the villagers he's here okay möchte aber zu dieser chest oh okay kann man da irgendwie rein nö hey was ist denn du Da gibt es ja tausende von Viechern. Au! Spratzl, Spratzl hat es gemacht. Was ist denn das? Hä? Ein Schrein? Auf sieh mit Gebrüll! Du machst es schon. Oh, hallo! Dafür, dass ich eigentlich Nahkämpfer sein wollte, bin ich verdammt weit hinten. Jedes Mal. Aber mei! Oh! Hui! Hui, hui, hui! Hä? Was ist denn das? Ah! Okay, jetzt sollten wir vielleicht erst mal nach da oben... Aber was ist das? Warum ist das? Achso, weil es so ein Schrein ist. Ein Schrein. Kann ich da... Ja. Gehen wir doch mal nach da oben nochmal. Da blinkt es ja irgendwie so komisch. Moment. Da bin ich doch schon viel zu weit. Okay, wir nehmen erst mal den Pack hier. Milk Pack. Alles klar. Und dann... Ah, okay. Woah! What? Suspicious citizen detected. Okay. Oh! Und werwolves? Nein. Was? Die Distribution der Pau-Prinse ist alles falsch. Sie haben nur in und ausgerufen. Hast du nur gesagt, Distribution gesagt? Und diese Träcke hier? Es ist tiefer. Der Geist hatte jemanden. Ich bin beeindruckt. Wie solltest du sein. Genau. Lass uns einen Wehrwolf-Lair finden. Okay. Au. Au. So. Haben wir hier jetzt schon... Ne, da ist noch was. Das haben wir. Katharina, wo bleibst du denn? Katharina. Oh. 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 Ich kann das nicht machen. Oh. Oh, oh, oh. Okay. Respawn bei den Markovner Das kostet mich nicht Das ist ja krass Ich hätte mal lieber aufs Extrem leicht spinzern Oder? Casual Oder mache ich ja irgendwas total falsch Okay, was haben wir in Ike gesammelt Ah, der schaut anders aus Viel schlechter Nee, nicht Hier, store, bitte Kann ich mir jetzt wieder was kaufen? Oh, ich kann mir wieder was kaufen Lack plus 3 Aber das hier hat halt mehr Defense Mehr DPS Okay, äh, äh, hier Das da, oder? Okay Vielleicht sollte ich mir doch mal irgendwie so ein Gewehr noch hier leisten Aber die 2 DPS Was sind schon 2 DPS? Okay, das war's von dieser Folge Kläglich gescheitert Und wir sehen uns in der nächsten Video Bis demnächst Tschö Shepherd Grüße Vielen Dank.